Wow! Piss dich bloß von meinem Auto. Okay, also die Dinger sollte ich versuchen abzuschießen, hab ich dir einfach... Warte! Fuck! Okay, ich versteck mich hier. Ich hab Angst. Ach, ich wollte es ja damit machen. Shot, shot, shot! Oh mein Gott! Verdammte Scheiße! Ui! Nein! So war nicht. Geh, dann... Mensch... Also... Äh, das ist schon ziemlich krass für dich, was du hier für einen Menschen für einen Kogel machen kannst. Kann ich da rein? Nur so out of interest. Ja, ich kann da rein. Bin ich in deren Basis jetzt rein, oder was? Oh mein Gott. Okay. Hm? Ich hab was gehört. Ich hab hier eindeutig was gehört. Obwohl ich nicht sicher bin, ob es hier war oder oben. Ich geh mal hoch. Oh, du willst mich doch verarschen, Buster. Stopp. Fick da euch. Huuuuii Ich würde einfach mal sagen, ich bin in deren Base gelandet. Also in so einer kleinen... Oh fuck it, du Bastard! Hey! Was macht da hin, du? Oh my god! Hab ich's denn bald mal geschafft oder was? Okay, was ist der im Gefängnis oder was? Ouuuch! Okay, das war... Scheiße! Ah, das sieht hier aus. Wow. UNTERTITELUNG was I do was Hä, wo seid ihr? Weiche, versteckt euch von hier. Was ist das Schiss? Ach, da seid ihr. Aha. Loser. Okay. Mal gucken, ob ich da reinkomme. Nee. Okay, ähm, ja, ich laufe einfach alles mal ab. Kann ich da irgendwie reinkommen? Ah, das soll eine alte... Das soll eine alte Dünne sein. Schicke Toilette, muss ich sagen. Okay, ähm, ich nehme mal an, ich muss dieses Auto zerstören. Kann ich das hier? Ich meine, es scheint ja in direkter Verbindung mit diesem Ding zu stehen. Also von daher... Okay, das bringt mal gar... Ah, kann ich das hier bitte? Ah, Moment. Und, ähm... Es kommt schon, roll weg. Reiß das Ding um. Jawoll. Ich versuche, als wir bei Minecraft, äh, hier... Doppel-W... Bin ich, wenn ich ihn verrennen will. Ich sollte es hier... Mein Gott. Doch, der trägt es. Toll! Oh, ich mag hier. Es sei denn, da fliegen Relis rein, dann mach ich Tummel gar nicht. Aber hier sieht es ja sauber aus. Lade Daten. Gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt die richtig heavy Zeit kommt. Und deshalb warte ich jetzt. Und dann ganz kurz hier. Machen wir mal kurz eine Aufnahmegröße. Ich höre doch mal was. Oder ist es mit dem Motor von dem Ding? Ne, ich höre definitiv was. Okay. Also ich mache nochmal ein kleines Päuschen und ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Okay, und weiter geht's. Ähm. Also ich habe also nur schlechte Sachen. Ähm. Ja. Fuck you. Gibt es hier irgendwas Schönes für mich? Nein? Okay, scheiße. Hätte ich auch weiter warten. Ja, wie gesagt. Ich gucke mir alles an. Einfach nur, damit ich es gesehen habe. Und... Okay, das hier sieht jetzt aber aus, als könnte man hier ein bisschen was finden, ja? Na komm her. Okay. Ich bin. okay also es klappt noch nicht so ganz mit denen mit den zahlen aber ich versuch so gut es geht na kommt ja toll wie ihr mir vor die knarre lauft ihr seid echt nett muss ich sagen so hier hinten gibt es nix ich glaube da kommt gleich wieder was weiß ich habe ich mir lieber auf er weiß was hier noch kommt irgendwie habe ich ein schlechtes gefühl bei der sache muss ich ganz ehrlich sagen hier geht es offensichtlich nicht weiter das für geräusche ach das wahrscheinlich ist wenig dafür okay hier muss ich zu fuß weiter oder da drüben geht es ja auch noch weiter muss ich erst hoch oder ich weiß es nicht genau du dreckst bist endlich mache ich platt komme ich da dann irgendwie wieder hoch oder bin ich denn da unten empfangen ich habe ein bisschen Schiss vor dass ich dann irgendwie da nicht mehr hochkommt das wäre sehr unschön da hinten irgendwie müsste ich dann wieder rauskommen ich schaue mich einfach ein bisschen um ah ok hier ist ja auch ein direkter Weg runter das ist gut zu wissen nein nicht so ein Viech ich probiere es mal mit Granate ich probiere es mal mit Granate ich hab dich erwischt sehr schön ich hör doch hier noch was ich hab dich erwischt oder bilde ich mir das gerade nur ein ich glaub ich bilde es mir nur ein ich weiß es nicht genau so dann schauen wir nach wo uns dieser Weg hinführt oh hier ist Anzug das heißt ich werde jetzt gleich in ein übles in eine üble Schlacht kommen nehme ich mal an so keiner da Lade Daten okay ich muss hier offensichtlich hin das ist sehr gut oh je mir bangt schon vor dem was kommt